er hat keine luftstützpunkt verteidigung mehr doch keine flak trooper warum sprecht das letzte gebet unzureichende mittel eine einheit wird angegriffen sie haben irgendwas geschehen da sind sie unrechende mittel sie werden sie jeden ich bin verfluchte verräter sie sind kein soldat ihre zeit wird kommen das verspreche ich ich bin kein soldat habt ihr eigentlich die leiseste ahnung wer zu eurem team gehört nein peinlich schlachtfeld erweitert die von essling airbase wurde in alarmbereitschaft versetzt gehen sie vorsichtig vor neues einsatz ziel erweitert feindliche einrägen entdeckt unzureichende mittel die alliierten haben ganz in der nähe einen trottomen collider zerstören sie ihn bevor er das feuer eröffnet unser verbündeter wird angegriffen die johannes hast du noch ein paar filmblets die du da vielleicht hinterschicken kannst ich habe keine alle meine finanzen gehen gar nicht in die marine muss er immer nachvollziehen weil irgendwelche umständen der wichter zu zwingen nachzuproduzieren einheiten entdeckt so machen wir mal gucken ooooh das rote muss sich wasser färben unser stützpunkt wird angegriffen repariert feindliche einheiten entdeckt fahrzeuge ich habe mich auch angegriffen unser verbündeter wird angegriffen unzureichende mittel kein problem für jemanden wie mich das könnte nützlich sind inspektion abgeschlossen warum meine armee der akula wurde ganze zwei feindliches kommando geordnet auch feindliches kommando geordnet tanja unzureichende mittel soll ich sie töten oder rennt in die testerspiele äh ich glaube die rennt in die testerspiele aber ich will nicht ja die ist in die testerspiele gewandt wenn wirklich so was kann man immer mal mit einem eisernen vorhang machen ein sammler wird angegriffen oder sind du könntest deine dreadnoughts auch mal benutzen um ihre luftwachenbasen da oben zu bombardieren du musst die dafür nicht unbedingt sehen ich mach das doch gerade also sehe ich bloß nicht feindlichere ingenieure entdeckt systeme online unser verbündeter wird angegriffen unser stützpunkt wird angegriffen da ist oh kacke wir sind überrascht ziel wählen rohrturm erobert uha ziel wählen die flugzeugträger habe ich erregt feindliche einheiten entdeckt der Rest muss sie machen unser stützpunkt wird angegriffen was haben wir denn da noch alles ja schnell eh eine einheit wird angegriffen orbitalregen bereit fliegen wir los feindlicher stützpunkt entdeckt ah ja wo sind diese würmer feind gesichtet was haben wir denn da hat man sich was sehen wir kruchow wird tot hurra feindlicher ingenieur entdeckt kruchow wer ist gerade tot kruchow unser verbündeter wird angegriffen oh gott eine einheit wird angegriffen unser stützpunkt wird angegriffen ach du deine äh äh ok ah ja turnblade inspektion abgeschlossen unsere einheiten entdeckt in den krieg so äh ich hab hier doch noch ein wir sind der wille der sowjetunion ja ich mach es mir dieses gebiet gehört uns wollte er auch grad nicht bauen feindliches kommando geortet die befälle sind klar ja sehen wir da drüben nach eine einheit wird angegriffen ingenieur hat aber leider nicht übergelassen das ausbildung feindliche einheiten entdeckt kampffreigabe erteilt machen wir einen ausflug die gegend scheint sicher zu sein ach ja ich hab grad zwei bauklinge und ich hab mich ungewollt und drei Waffen bleibt eigentlich drauf ganz ganz wir sind der wille der sowjetunion die befälle sind klar da ein Verbündeter wird angegriffen mich bereit für den Erkundungsflug ich glaub nur zu den Tesla-Spulen ja mach ich schon wir warten feindliche einheiten entdeckt so ich muss das Bauch zerstören Wolfbox haben auch bessere Zeiten erlebt schon wird gebaut ähm hast du den Sputnik schon hingeschickt? ja wohin hast du den Sputnik hingeschickt? unser Verbündeter hat angegriffen Süden? wieso denn Süden? da ist ein Erzraffneri so äh ich kann noch ein weiterer kannst du auch in Sputnik hier nach Westen schicken ne Ost mein ich sobald ich wieder einen Hafen hab kann ich das machen ja die haben einen grad zusammengebombt ja meiner ist auch äh Käse repariert eiserner Vorhang bereit so ein Ergernis weniger der wir haben feindliche Einheiten entdeckt Bau abgeschlossen neue Bauoptionen so ist feindlicher Stilzpunkt entdeckt ich habe wieder mal ein paar okkul-agumenten an was? was ist die haben schon wieder ich bin einsatzbereit unser verbündeter ist angegriffen unser stückpunkt wird angegriffen wir haben einen sammler verliebt das gefühl feindliche einheiten entdeckt jetzt habe ich eine stabile geldproduktion jetzt kann ich mal das bauen worauf ich Lust habe wo ist unser erstes ziel nicht gefreut bleibt fliegen wir los warum habe ich das nicht gleich gemacht super magnetischer satellit bereit einfach paar akula-bo-butter muss nicht mal viele sein einfach dahingestellt doch wir nehmen jeweils eine in ost nehmen wir jeweils eine oder meinetwegen könntest du beide haben ich habe alle bohrte okay beide waren ich habe ich habe beide ich habe ich habe alle vier bohrte mehr auf der karte geschlossen wird gebaut ok fleißig es gibt noch ein bisschen mehr bohrte mehr und tanja ist schon wieder so eigentlich der wird mit seinen schiffen nicht mehr glücklich wird gebaut wird gebaut hier auf meldet sich zum dienst abgeschlossen einheit verloren jetzt wird gesammelt jetzt wäre ich wo neuer ich bin tanja ich kann die ausseiten doch nicht das verbündete der zarpedo entgegenkommt bau abgeschlossen alle waffen bereit machen ok ich mach jetzt mal was tolles Dreadnoughts bis zum Abstiegen Was ist das? Oh Fuck Ich Sehr schön Ich brauch mehr Dreifahrt geförderte von den U-Booten, das ist sehr toll So, mal sehen, äh Ich hab ja noch nicht fertiggestellt Was ist das? Ja, sehen wir da drüben Wohin jetzt? Gott, wo kommt das? Was ist das? Immer ist irgendein Dreadnought von mir Was ist das? Fast komplett verschwärts Sehr wohl Kiroff meldet sich zum Dienst Bald Komm mal da, das ist ein Bomba So Mal langsam Du sollst dich dem in den Bauchhahn stellen Kiroff, unser Stützpunkt wird angegriffen Gleich gibt's eine Basis weniger Eine Einheit wird angegriffen Hey, ich bin mit meinen Dreadnoughts angeheifen Jetzt hab ich so viele Kiroffs Ja, lass mich doch mal Ja, lass mich doch mal Oh, ich brauch was Spaß sagen hier Ich würd auch sagen, jetzt hab ich so viele Dreadnoughts gebaut Kiroff meldet sich zum Dienst Kiroff teppich Ich liebe wie der immer wieder funktioniert Eine Einheit wird angegriffen Gibt es unterwegs, Freunde Feindlicher Stützpunkt entdeckt Feindliche Einheiten entdeckt Kiroff meldet sich zum Dienst Die Luftwaffe des Volkes Wie noch Das hin sake Die Luftwaffe des Volkes Die Luftwaffe des Volkes Der Wert der andere Ist die Kurse Bei den Hochwebs Die aller Einheiten wird angegriffen Neches mehr habe ich jetzt nicht mehr erwischt Ich weiß nicht, ob ich das ein Kulob oder auch noch erwischt habe, der bestimmt, wenn es unsern zu oft gerade. Ich will nie lesen. Mein Applaus hat den Feindlichem kommando geordnet. Unser Verbündeter hat angegriffen. Sehr wohl. Ich weiß dein Kurs. Gute Arbeit, Kommandant. Das war schon Glückwunsch, sie haben ihn eliminiert, diesen feigen Verräter, General Krukow. Es ist in der Tat gut zu wissen, dass auf sie Verlass ist. Kurze Pause. Wenn du meinst. Okay. Wie lang? Okay, ich beende dann einmal mal ganz kurz die Aufnahme, wir machen nachher weiter.